Willkommen auf meinem Kanal. Heute werfen wir einen genauen Blick auf den Samsung-Fernseher aus der DU8079 Serie. Dieses Gerät verspricht beeindruckende Bildqualität und modernste Funktion, aber hält es wirklich was es verspricht? Finden wir es heraus. Die Links zu diesem Fernseher finden Sie in der Videobeschreibung, falls Sie die aktuellen Preise und Bewertungen von anderen Nutzern checken wollen. Und jetzt lassen Sie uns in die Details eintauchen. Der Samsung-Fernseher aus der DU8079 Serie beeindruckt bereits auf den ersten Blick mit seinem eleganten und filigranen Design. In stilvollem Schwarz gehalten, passt er sich nahtlos jedem Wohnambiente an. Mit einem Gewicht von 8,7 kg und den Maßen 96,55 cm in der Breite, 59,9 cm in der Höhe und 20,56 cm in der Tiefe, wirkt er trotz seiner Größe leicht und modern. Dank der WESA-Kompatibilität von 200 x 200 mm lässt sich der Fernseher mühelos an der Wand montieren, wodurch er nahezu mit der Wand verschmilzt und so für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild sorgt. Ein weiteres Highlight ist die flexible Anpassungsmöglichkeit der Aufstellhöhe und Breite. Der Standfuß ermöglicht nicht nur eine stabile Platzierung, sondern bietet auch eine optimale Integration deiner Soundbar, was das Gesamtbild noch harmonischer macht. Der Bildschirm des Samsung Fernsehers aus der DU8079 Serie ist ein echtes Highlight. Mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll und einer beeindruckenden Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln bietet er ein scharfes und detailreiches Bild. Die Bildwiederholfrequenz von 50 Hertz und die Farbtiefe von 10 Bit sorgen dafür, dass Bewegungen flüssig und farbenlebendig dargestellt werden. Die VA-Panel-Technologie in Kombination mit der Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung liefert tiefe Schwarztöne und einen hohen Kontrast, was zu einem hervorragenden Seherlebnis beiträgt. Dank der Dynamic Crystal Color-Technologie tauchst du in ein Meer voller satter und realitätsnahe Farben ein. Diese moderne Phosphor-Technologie erweitert das Farbspektrum und sorgt für prächtige Details in jedem Bild. Der leistungsstarke Crystal Processor 4K sorgt dafür, dass auch Inhalte, die nicht in 4K vorliegen, auf nahezu 4K-Qualität hochskaliert werden, sodass du deine Lieblingsfilme und Serien in bester Qualität genießen kannst. Der Contrast Enhancer passt den Kontrast dynamisch an und schafft so ein intensives Seherlebnis mit größerer Tiefe und realistischeren Farben. Darüber hinaus bietet High Dynamic Range HDR ein weites Spektrum an Farben und visuellen Details, sowohl in hellen als auch in dunklen Szenen, sodass du jedes Detail klar erkennen kannst. In Sachen Energieeffizienz erreicht der Fernseher die Klasse G und verbraucht etwa 75 kWh pro Jahr, was in Anbetracht der beeindruckenden Bildqualität durchaus akzeptabel ist. Alles in allem bietet dieser Fernseher eine hervorragende Bildperformance, die deine Lieblingsinhalte in neuem Glanz erstrahlen lässt. Der Samsung-Fernseher aus der DU8079 Serie bietet auch in Sachen Audio eine beeindruckende Performance. Ausgestattet mit zwei Lautsprechern und einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt liefert er einen klaren und kraftvollen Klang. Der optische Audioausgang ermöglicht zudem eine einfache Verbindung zu externen Audiosystemen für noch besseren Sound. Ein besonderes Highlight ist die Q-Symphony-Technologie, die deinen Fernseher und deine Soundbar klanglich perfekt aufeinander abstimmt. Das bedeutet, dass der Sound gleichzeitig über beide Geräte wiedergegeben wird, was zu einem überzeugenden Surround-Effekt führt, ohne dass du die Fernsehlautsprecher stumm schalten musst. Die OTS-Light-Technologie erzeugt einen virtuellen 3D-Surround-Sound, der dich förmlich in das Geschehen hineinzieht. Die Klänge kommen nicht nur von vorne, sondern auch von oben, was das Hörerlebnis intensiviert und dich mitten ins Geschehen versetzt. Beeindruckend ist der klare Klang bei Dialogen, der durch die Adaptive Sound Pro-Technologie erreicht wird. Diese KI-basierte Audio-Remastering-Technologie passt den Sound dynamisch an die Beschaffenheit des Raumes und die Audio-Inhalte an. So kannst du sicher sein, dass du jedes Wort und jede Nuance klar und deutlich hörst, egal ob bei einem spannenden Film oder deiner Lieblingsserie. Der Fernseher bringt nicht nur eine beeindruckende Bild- und Tonqualität mit sich, sondern punktet auch in Sachen Smart-TV-Funktion. Ausgestattet mit dem Betriebssystem Tizen 8.0 bietet er dir ein umfassendes Entertainment-Erlebnis mit einer Vielzahl von Apps und Diensten. Mit zwei USB-Anschlüssen und drei HDMI-Anschlüssen bist du bestens gerüstet, um verschiedene Geräte anzuschließen. Die zwei Antenneneingänge der Ethernet RJ45, LAN-Anschluss und der CI-Slot bieten zusätzliche Konnektivitätsoptionen. Für drahtlose Verbindungen stehen dir WiFi 802.11ac und Bluetooth 5.2 zur Verfügung. Das Tizen OS ermöglicht dir den Zugang zu einer Vielzahl von Inhalten. Samsung TV Plus bietet über 200 kostenlose Live-TV-Kanäle und tausende von Filmen auf Abruf. Für Gamer ist der Gaming Hub eine wahre Fundgrube, da er viele Cloud-Gaming-Dienste integriert, ganz ohne zusätzliche Konsole. Mit der Daily Plus App kannst du deine täglichen Aktivitäten einfach verwalten und SmartThings erlaubt es dir, alle kompatiblen Geräte in deinem zu Hause bequem über den Fernseher zu steuern. Ich hoffe, dieser Überblick über den Samsung-Fernseher aus der DU8079-Serie hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Interesse an diesem Produkt haben, finden Sie in der Videobeschreibung die Links zu den besten Preisen. Stellen Sie gerne Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat und Sie es nützlich fanden, abonnieren Sie doch unseren Kanal, damit Sie keine neuen Videos verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald! Bis bald!